Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Verstattungsger mondale mêmes und das ist ein Schussmärkungsgerät. Das ist ein Schussmärkungsgerät. Das ist ein Schussmärkungsgerät. Das ist ein Schussmärkungsgerät. Der Bernd in Achtsee ist natürlich stationiert in der Stadt. Und er hat auch einen richtigen Minar, der Ermittler-Macher. Unglaublich bin original abgestürzt. Problematik, der Brügel ist gewählt für sehr, sehr schnelle Geschwindigkeiten, weil er so einen richtigen Brügel hat. Und man hat versucht, man kann das Flugzeug sicher bauen. Man hat teilweise Abgasstrahl genommen und vorne mit Naselein eingelassen, die zwar nicht ankommen. Man hat zwar Superprodukte nie, aber man hat Superprodukte nie, muss man dabei auch die Lektoren in der Brügel sitzen. Und das ist ein Schussmärkungsgerät. Das ist ein Schussmärkungsgerät. Und das ist ein Schussmärkungsgerät. Und das ist ein Schussmärkungsgerät. Die Waffe ist auch immer mit einem Abwurfwagen. Und das ist ein Schussmärkungsgerät. Und das ist ein Schussmärkungsgerät. Und die Waffe? Ich wünsche Ihnen halblich davon ausgaben, dass vor allem im ... ... während des Hauptsitzes, dass wir alle die Anwälte, die Welt und die Zeit von Westdeutschland, über die innerdeutsche Gäste zu kriegen und direkt nach rechts über eine Sprit über unsere Vorhandseminaste zu bringen. Ich freue mich hier zusammen vor Valgo und ich freue mich hier genau als wir. Wunderbar, wie das der Roger stortlich pilotiert. Auch sehr gut, die Leute sind mit Herrn Krüger relativ gut gesinnt. Ich freue mich, dass die Vorhand der Brotter gesucht hat. Ich freue mich, dass die Vorhand der Brotter gesucht ist, dass wir sie nicht überlegen werden. Und wir haben hier von der Vorhand der Blech verflogen und die Kabel. Dann kann er den Puls auf andere Linie angeboten. Das ist jetzt noch eine Minute für eine Stunde, was er jetzt verbraucht wird. Und er verbraucht gut gegen so 1 Liter Kerosene pro Minute. Die Treibwerke sind heute sehr gut verlesen. Die Mühlenrecken sind jetzt so weit gestanden, schon lange an zu haben. Wegen der Hanfüllflug zum Verleischungsflug auf der Rätsaal herunterbringen. Ab und zu am Flugtag musste er bei uns den feuersten zücken. Das ist eigentlich schon lange her, seit das Bleibwerke nicht gut funktioniert hat. Sehr speziell am F140-Arbeite ist das Open. Der Flugzeug ist in Deutschland zu Wirbel gesorgt, damals als Starfighter-Affäre. Wie immer, wenn es um den Raum fährt, also wo er jetzt zu lösen kann. Der Flugzeug wird langsam zur Landung ansetzen. Und das ist wirklich ein Flugzeug, das dürfen wir auch nicht zu langsam fliegen. Und das ist wirklich hervorragend, wie er das macht, wie er das macht. Mit nur Leistung prittern zu Boden. Sie gehören den Restschub. Und wahr! Herzlichen Applaus! Herzlichen Applaus! 16. 2. 3, Am Start ist ein schönes MD-11, ein türkischer Drückstrahler für den Swiss im Einsatz gewesen. Und hinten dran waren sich zwei Tiger M5 von der Patrouille der Swiss. Untertitelung des ZDF, 2020